Dich will ich loben, Hässliches. Du hast so was Verlässliches. Das Schöne schwindet, scheidet, flieht, fast tut es weh, wenn man es sieht. Wer Schönes anschaut, spürt die Zeit, und Zeit sagt stets, bald ist's so weit. Die Schönheit gibt uns Grund zur Trauer, die Hässlichkeit erfreut durch Dauer. Vielen Dank. Herr von Pfeil geht auf die Pirsch und schießt meistens keinen Hirsch. Kommt er abends spät nach Haus, sieht er recht verwildert aus. Heute sagt er, war's ne Krähe, eine Blonde, wie ich sehe, sagt darauf, Frau den Pfeil, und dann ruft sie Weidmannsheil. In nem Hochhaus wohnt Miss Kok, in nem 110. Stock, und sie raucht sich ihren Dutt, denn der Fahrstuhl ist kaputt. Zwanzigtausend Stufen müßte sie hinab, bis man sie küsste. Was nützt da, dass sechs so viel, so viele Stufen sind zu viel. Vor dem Richter steht Frau Schmeil, weil sie einmal mit dem Beil ihrem Mann den Scheitel zog, wozu sie sein Geld bewog. Sprach der Richter zu dem Drachen, Frau, wie konnten sie das machen, sagt Frau Schmeil, das war nicht schwer, geben sie mir das Beil mal her. Das war nicht so viel, so viele Stufen sind zu viel. Das war nicht so viel, so viele Stufen sind zu viel.